Musik Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans Wir haben Sonntagabend und wir haben ein Matchup, was wir live verfolgen werden Ganz, ganz kurz ein Blick, ich bin ja hier im Pepsi's Account Sie hat, ähm, heute Rathaus auf Stufe 9 gestartet Und freut sich, weil er gemakst Rathaus 8 da und jetzt zum Matchup Ein Matchup, Brennerchen 2.0 gegen Dark Looter Z C, Z, also soll der Zweitclan sein Ähm, haben hier 95 Wins gegen 50 Wins Es ist wie gesagt ein Matchup, ähm, und wir haben auch einiges an Angriffe Viele Angriffe, die dabei sein werden Ähm, ich hab's selber verschwitzt, ich hätte auch dabei sein können Es sind viele auch von unserem Clan rüber, ihr seht hier, Tobi ist zum Beispiel dabei Ähm, generell, 4 Rathaus 10 gegen 4 Rathaus 10 Und wenn wir nach unten gehen, haben wir einen Rathaus 8er, das ist Niklas Gegen Destroyer, Pepsi wäre auch gerne dabei gewesen Leider gab's aber niemand, ähm, der ihrem Weight passend war Und daher musste sie dementsprechend leider passen Und ich bin jetzt hier mit ihrem Handy am Start Und ja, wir schauen mehr oder minder als passiver Zuschauer zu Und hoffen natürlich, dass es ein spannender Start wird Also es sind generell 6 Angriffe geplant, die jetzt ausgeführt werden Keine Ahnung, ob alle gut gehen Das werden wir sehen Ähm, ich weiß auch nicht ganz genau, wer angreift Ich hab die Liste zwar bekommen, aber man muss ehrlich sagen Ich hab die nur ganz, ganz schnell überflogen Aber wir sehen hier, äh, Spongebose ist dabei Okay, Yanni, Grains, also viele Namen Sagen euch sicher auch schon was Ähm, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt Zeli mit einem zweiten Account, Babu mit einem zweiten Account Nico Pro mit einem zweiten Account, Code war schon mal bei uns Und jetzt geht es los Und wir schreiben jetzt ein Go Und sie wissen, wenn ich Go schreibe, darf es losgehen Und wir haben diesmal auch gesagt, dass die Leute warten, bis ich drin bin im Kampf Also, dass wir den auch sehen können Und dann schreibe ich dementsprechend auch in den Chat Bin drin Und dann, ähm, können die anderen auch beitreten Ich hoffe, dass das Ganze so klappen wird Und ich muss sagen, Matchups sind doch nochmal, äh, eine Ecke cooler Weil einfach die Spannung noch größer ist Also, das muss man so sagen Und ich bin jetzt auch wirklich sehr, sehr gespannt, wer loslegt Talha soll ich ja loslegen Und es ist sozusagen SXMX Und ja, da ist Talha C10 Und er sagt, okay Also, hat der, der Anfang soll zumindest schon mal gelesen, realisiert Jetzt wird er nochmal reingehen Wird sich die Base nochmal kurz anschauen Das ist natürlich völlig legitim Aber das ist Live-Plan-War Also, so kann das passieren So, und wir sind drin Und das schreiben wir auch gleich So, dass die Jungs Bescheid wissen, dass ich drin bin Also, wir haben hier Mit den Golems Fängt er an Ein Gemachster kommt aus der Glamour hinterher Mit Mauerbrechern durchgebrochen Und man sagt mir Go-wa-hok Soll ich sagen Die paar Magier sollen dementsprechend ignoriert werden Also haben wir hier einen Golem-Valkyren-Schweineangriff Die besagten Valkyren kommen noch Er hat zwei Heal und zwei Jump dabei Zwei Helden sind hier auf 10 und 5 Gegnerhelden auf 10 und 6 Und ich vermute mal Er geht hier auf 3 In der Glamourg Magier Und eine Hexe, glaube ich Es haut er hier auch schon den ersten Heal drüber Ähm, Glamourg wurde mit dem Gift-Spell niedergebrannt Und die Valkyren sind hier relativ schnell pulverisiert worden Also wir haben jetzt noch Eineinhalb Golems, wenn man so nennen will Und ich glaube zwei Valkyren Eine dreht sich hier noch Oder waren da noch ein paar Nein, es war nur noch eine Ich habe schon mal Doppelriesenbomb im Zentrum ausgelöst Das war wichtig Und jetzt kommt er von hier unten mit den Schweinen Und er macht die mit Surgical Hog Also setzt erst jeweils Riesen Der dann schon mal tanken soll Und hier gibt es jetzt den letzten Heal-Spell Boah, boah, boah Schauen wir mal Ein Helden kann er noch beide zünden Rathaus, ihr seht das an der Anti-Three-Star-Base Aber die Schweinchen, die wurden schnell pulverisiert Das kommt hier nochmal mit zwei Schweinen nach Und jetzt muss er hoffen, dass die Queen sich da Gut, Richtung Rathaus Orientiert Hier eine Riesenbombe Vom Schweinchen ausgelöst Skletzfall auch nochmal Jetzt muss er den King zünden Hier ist auch noch ein Schwein dabei Das tankt momentan Und in dem Fall kann man hoffen Muss man hoffen Dass das noch zwei Sterne werden Aber dadurch, dass der Golem tankt Ist es ganz nice Also ich denke Rathaus sollte er hier noch bekommen Und dementsprechend dann auch noch die 50% knacken Da hilft ihm wirklich dieser gemaxste Golem Der ist auch aktuell die Skletzfall ablenkt Und Queen und King Gingen gerade auf das Rathaus Oben noch ein Magier Aber zum Three-Star hat dann doch noch einiges gefehlt Schauen wir mal, ob es überhaupt die zwei werden Aber die hat er in dem Moment geknackt Schauen wir mal, ob er die Queen noch zündet Das hat er auch noch geschafft Die Queen holt jetzt hier erstmal noch eine Kanone Nein, jetzt geht sie auf die Gegner-Queen Geht jetzt down Und hier oben haben wir noch den King Der noch ein paar Prozente sammelt Generell, es war hier die 24 Also Talha greift die 23 auf High ein Bubble Und wird es dementsprechend auch noch hier oben Ein paar Prozent sammeln Aber da gehen wir es ganz frech raus Und hauen ein neues Go raus Sodass da jetzt der Nächste angreifen kann Weil wie viel Prozent am Ende Ja, 72 Okay, irgendwie verspätet bei uns Komisch Hier haben wir den Nächsten Und wir hauen einen drin raus Und es kann weitergehen Und haben hier wieder Golem, Valkyre, Schweine 15er und 13er Helden Auch wieder Rathos 9 Und auch wieder zwei Jump und zwei Heel Und zwei Gift Spares dabei Und er hat jetzt hier schon mal angefangen Die Außengebäude schön down gemacht Mit den Magiern Sodass jetzt die Valkyren und die Helden Ins Zentrum ziehen müssen Die Golems haben den Jump Spare schon genutzt Jetzt kommen die Valkyren und der King hinterher Und jetzt langsam auch die Queen Hier gibt es jetzt den ersten Heel Spare Aus der Glamburg Goblins Und ein Drache und ein Loon Er haut beide Gift Spells hier drüber Und macht den nächsten Jump Spell Ja, über die Glamburg Dass es dann weiter ins Zentrum reingeht Und hier Den denke ich würde er sich für die Schweine noch aufheben Rathos sollte jetzt durch die Valkyren down gehen So ist es Die Golems hüpfen Der eine kleine hüpft weg Kommt jetzt nicht mehr zurück Der große in der Mitte Level 4 Weiß gar nicht so recht, was er machen soll Und er hat jetzt schon den zweiten Heel investiert Und kommt jetzt von hier unten mit den Schweinen Also auch hier bin ich mal sehr, sehr gespannt King hat das gezündet Queen kann er noch zünden Aber er hat jetzt für die Schweine keinen Heel mehr Ich weiß ja nicht Schauen wir mal Hier, die Valkyren deutlich länger überlegt Als beim ersten Angriff Haben hier auch noch ganz nett aufgeräumt Drei Stück sind es noch Und ihr wisst ja, sie sind tanky Aber wenn sie von zwei Teslas Fokussiert wird Dann wird es auch für sie schlimm Und ich denke auch hier Wird es auf den Tuster hinauslaufen Da werden noch ein paar Prozente gesammelt In der Mitte sehen wir Den Golem Der vom King angegriffen wird Die Queen kann er noch zünden Hat er auch noch geschafft Aber wir haben da immer noch zwei Teslas Also ich denke auch Die Queen sollte es gleich gegrillt werden Und den Golem in der Mitte brauchen wir ihn auch nicht mehr Also 64% Dabei soll es wahrscheinlich auch bleiben So Und wir hauen mal das nächste Go hinaus Und Sind jetzt hier mit zwei Two Stars gestartet Die beide auf Three Stars ausgelegt wurden Aber ich denke auf alle Fälle okay Also Und wir haben jetzt hier eine Klasse 25, 25 Und wir schreiben auch wieder drin Dass die Jungs Bescheid wissen Und wir haben hier Wieder Golem Valkyre Schweine Vier Erdbeben Zwei Gift Und einen Heel Und er fängt hier an mit einem Loot Und möchte mit dem erst mal Die Minenwerfer ausstalten Und das hat er auch geschafft So Golem und Magier hinterher In dem Fall ein paar Magier mehr Mit Mauerbrechern durch die erste Mauer durch Und jetzt bin ich gespannt Wo und wie er mit den Erdbebenspells arbeitet Genau da hätte ich sie vermutet Wo er jetzt kommt Hier bricht er wirklich richtig schön frei Eigentlich das komplette Zentrum Und jetzt kommt er mit den Valkyren Und mit dem Barbarenkönig Queen gibt es keine Ganz klar Ist hier Ratus 8 Investiert hier auch seinen Heel Spell Und auch den ersten Gift Spell Und muss uns natürlich hoffen Dass die Magier sich um den Drache kümmern Weil wir haben hier keine Queen Die den Drachen runterholt Hier eine Riesenbombe Vom Magier ausgelöst Ja und jetzt haben wir das Problem Doch der Gift Spell Sollte regeln Dass dieser Ratus ist down Drache daugen geht Ohne Gift Spell wäre es hier ganz böse geworden Und jetzt haben wir noch Ein Magier Zwei Bogen Zwei Minions Und waren elf Schweine Aber er kommt von hier oben in den Schweinen Hat es den King gezündet Und ich denke Die könnten jetzt hier auch gleich noch Der King ist down Aber Ähm Valkyren und Golem Haben den Magier Tum geholt Sodass es nur noch einen gibt Also auch er wird die 50% knacken Wir sehen außen Sehr sehr viele tote Gebäude Da könnte man jetzt schon mal anfangen Ähm Mit Truppen setzen Dass es hier keine Zeitprobleme gibt Hier eine Doppelriesenbombe Und zwei Minuten hat er noch Zeit Aber ich verstehe nicht Warum er jetzt nicht schon Ähm Mit Nachschub kommt Also da lässt sich Niklas Doch gut Zeit Ähm Magierturm sollte auch down gehen Und das sieht gut aus Wenn es jetzt keine Zeitprobleme gibt Also jetzt kommt er Ähm Mit den Aufräumtruppen Ich denke Ja Schauen wir mal Ähm Dadurch dass die Schweine noch am Start sind Die könnten hier ein bisschen unterstützen Dass das zeitlich Boah Das könnte Das könnte richtig knapp werden Weil wir haben hier Oh wow wow Das Das wird zeitlich richtig eng Schwein geht jetzt hier auf das Goldlager Hier oben wird aufgeräumt Hier oben haben wir halt auch noch Gold und ein Elixierlager Und die haben gute Hitpoints Und hier unten haben wir nur einen Bogen und ein Schwein Eine Minute Also da bleiben wir jetzt auf alle Fälle drin Und schauen ob das drei Sterne werden Wir gönnen sie ihm Magier ist ja auch noch am Start Geht jetzt erstmal auf das dunkle Elixierlager Und wir haben jetzt ein Ladescreen So dass der Golem hängt Sehr sehr nice Ähm Das liegt auch weniger an der Internetverbindung Als an Clash of Clans Okay Hier oben Wird gekämpft Hier unten wird gekämpft Ich denke das sollte reichen Eine Minute hat er noch hier oben Zwei Minions und drei Schweine Und hier oben ein Schweinchen und ein Bogen Und der zweite Bogen Kommt zur Unterstützung nach unten Golem hat sich nicht mal gesplittet Also das ist richtig richtig nice 97% Und es hilft das Schweinchen hier noch mit aus Hittet auch noch entspannt drauf Und hier oben ging es auch down Und am Ende sind sogar noch Was haben wir 37 Sekunden Übrig geblieben Also richtig schöner Angriff So und wir hauen Das nächste Go raus Und schauen mal Es scheint als wenn ich hier ein bisschen hinterher hinke Keine Ahnung Was da los ist Ob das dann an diesem Laderädchen liegt Dass das doch nicht jeder hat Aber wir schauen gleich mal Wer hier als nächstes angreift Sechs Angriffe sind es Und ich denke ja komm Wir machen eine schön lange Folge Wir nehmen alle sechs Angriffe mit Vielleicht kommt es auch gleich noch jemand aus dem oberen Bereich Ich weiß es nicht Kohle lasst mir kurz Zeit Please Dann schauen wir mal kurz rüber was da abgeht Hier Angriff von der 14 auf die 13 Und irgendwo wurde anscheinend ein One Star geholt Hier auf die 4 Hat Black Tiger angegriffen Und das ist natürlich schon mal ganz gut Weil in Anführungszeichen hier ein Fail Ähm passiert ist Also es muss dann auf alle Fälle Ein Angriff mehr investiert werden Von dem Rathaus 10 auf den Rathaus 10 Und momentan Ja ich würde sagen Zwei Two Stars und ein Three Stars Aus den ersten drei Angriffen Und richtig Solider souveräner Start Klar Three Stars wären immer besser gewesen Wenn es jetzt nur Three Stars gewesen wäre Hätte wäre wenn Ihr kennt das So und wir haben jetzt hier den Coden Und auch hier kann ich gleich mal sagen Dass ich drin bin Dass sie Bescheid wissen Und wir haben hier ein Queen Walk Und das Laderädchen So hier oben haben wir die Queen Und haben die Heiler Und hier wird geladen und geladen und geladen Das ist schon mal nervig Haben hier iPhone 5S Wenn ihr euch interessiert Von meiner Schwester So jetzt geht es aber weiter Also Die Queen wird hier von vier Heilern geheilt Und hier kommt er gleichzeitig mit den Golems Und macht auch mit Mauerbrechern den Weg frei Hat zwei Jump und zwei Heal dabei Den ersten Jump Spare gibt es jetzt hier Und die Queen oben Ja die darf man beim Queen Walk Immer nicht außer Acht lassen Dass man die dann auch noch zündet Wenn es soweit kommt Wut Spell hat erst hier keinen dabei Und die Valkyren kommen auch Und räumen schon mal richtig schön auf Dann verbleiben jetzt noch zwölf Schweinchen Hier gibt es den ersten Heal Spell Hauptsächlich für die Valkyren Und auch den ersten Gift Spell auf die Clam Walk Queen zieht nach oben lang Und wir haben den Drache in der Clam Walk Und auf den geht momentan keiner so richtig Gegner Queen ist down Drache muss einstecken Nächste Gift Spell Hier eine Riesenwombe Wahrscheinlich auch gleich eine Doppelriesenwombe Er haut auch hier die nächsten hier Ja Doppelriesenwombe ausgelöst Hier unten ploppen vier Teslas Das ist richtig fies Und jetzt hat er noch elf Schweine am Start Je nachdem wo die Truppen langlaufen Sollte das Minimum ein One Star werden Sie gehen jetzt nämlich nach oben Und nicht runter zum Rathaus Und entweder es werden drei Oder es werden eine Und hier scheint die nächste Doppelriesenwombe zu sein Und die Oder löst er die aus Jetzt müssen wir mal schauen Also wenn gibt es nur noch eine Heal Spell hat erst keinen mehr am Start Zündet ihr den King Und das war keine Doppelriesenwombe Oder doch war da eine zweite Jetzt schauen wir mal Die Teslas Die könnten am Ende noch ein Problem bilden Der King lebt noch Die Schweine gehen hier Auf den Magierturm Und jetzt haben wir hier oben noch Hier oben unten Minimumwerfer und Teslas Und die Teslas Die werden für die Schweine noch richtig fies Da würde ich jetzt Hätte ich jetzt außen Die Magier Ja so ist es Die Magier zum Support Die tanken es hier kurzzeitig Und jetzt schauen wir mal Das ist richtig fies Aber ein Magier noch am Start Ich denke er bekommt die down Und die zwei Schweine Wenn alles glatt läuft Sollten auch noch überleben So ist es Also alle Däffenheiten Blauen Queen noch voll gut dabei Er kann sie auch noch zünden Und beide Golems Haben sich nicht mal gesplittet Hier von Kode Ein richtig schöner Angriff Eine Minute 20 Zeit Das sollten sichere 3 Sterne sein Und die gönnen wir ihm natürlich auch Er war vorher sehr sehr nervös Ich habe im Chat Den Jungs vor Dem War Start Ein bisschen geschrieben Und er hat gemeint Der war mega nervös Und holt jetzt hier Richtig schöne 100% Und schaut mal Da habe ich gar nicht drauf geachtet Die 20 auf die 13 Also das Verdient Respekt So Und wir hauen Das nächste Go raus Und hier Auch Babo schreibt Richtig geiler Angriff So war es wirklich Also Chapeau Hut ab Für Kode Richtig schön gemacht Und das war Angriff Nummer 4 Und 2 Stück werden noch folgen Also das wird dann hier so eine 20 Minuten Folge Und wir haben hier einen Angriff Von Ok Und sind auch drin Und schreiben Das auch So Und haben hier die 9 auf die 7 Auch mit einem Queen Walk Und haben hier eine Rathaus 9 Base mit 20 und 23 Helden Und Ok Hat 23 Helden Zwei Heal Einen Wut Einen Jump Einen Eil und Einen Gift Von allem was dabei Räumt hier die Minions auf Und mit dem Bogen Und möchte damit auch der Queen Erstmal den Weg bestimmen Hat das dann damit auch geschafft Hier rechts schön weggeräumt Das heißt die Queen Zieht das dann Gleich nach links weg Und wir müssen hier draußen bleiben Wir haben hier sehr sehr starke Mauern Bei Source Hier dem Gegner Und wenn wir mal schauen Wo er dann gleich reinmarschiert Mit den Golems Die Queen holt jetzt hier dann gleich Nach den Minionwerfer Und jetzt kommt er hier mit den 2 Golems Von dieser Seite Und ich denke die erste Mauer So ist es zumindest geplant Wird er mit dem Mauerbrecher Oder mit Mauerbrechern durchbrechen So ist es Hier sind sie Und sie schaffen es auch Magie hinterher Die Golems tanken Und die Magie Und jetzt kommen die Valkyren Hat dann 12 Schweine noch dabei So Und dann kommt jetzt der King Hier kommt die Clamook Interessante Kombo Riesen sind drin Valkyren sind drin Lune ist drin Und Minions Jump Speck kam Erste Gift Speck kam Und hier Speck kam drüber Und Eil hat er Hier unten Für die Heiler benutzt Auch Sehr sehr interessant Keinen Wut Spear Und hat jetzt noch einen Wut Und einen Heal dabei Hier wurde Glaube ich gerade Einen Doppelriesen Mauer ausgelöst Und auch gleich Mit einem Schweinchen Nachgeholfen Und die Valkyren Und der King Ziehen jetzt hier Richtung Queen King musste erst zünden Hatte noch 2 Spells Und hier kommen jetzt aus die Golems Hinterher Aber die Valkyren sind noch gut dabei Und da hätte man Ja weiß ich nicht Das kommt von hier oben Mit den Schweinen Okay und investiert hier Den Heal Spell Und ich bin gespannt Wo er dann den Wut Spell Noch investiert Queen hat er erst links Gerade zünden müssen Konnte dementsprechend Von den Heilern Können auch wieder ein bisschen Hochgeheilt werden Wird aber momentan Hier vom Tesla Fokussiert Macht den aber down Wut Spear in die Mitte Schweine profitieren davon Magetum Und jetzt haben wir hier Nur noch Oh Hier eine Riesenmomme Schweine haben überlebt Alle Deffanheiten down Und auch das schaut wieder Richtig richtig gut aus Keine Deffanheiten mehr da Ähm Verbleibenden Einheiten Schon gesetzt Und es scheint so Als wenn Okie hier Einen richtig schönen Freestyle holt Auf die Nummer 7 Auf Source Schweine sollten jetzt hier Das Rathaus Regelrecht penetrieren So muss man das ja nennen Und 98% Hier oben Geht das Goldlager down Hier unten Nein Oben Goldmine Unten Goldlager Okie Hammer Hammer Angriff Und wir haben 5 Und haben 13 Sterne Und jetzt hauen wir Nochmal ein Goal raus Einen Angriff Wird es noch geben Und ich denke auch Ähm Ja Matchup Dass es jetzt die nächsten 1-2 Tage noch hier folgen Von Brennlichen 2.0 Aus dem Klang gibt Und das haben wir hier noch Ein Zehner Sehr sehr nice Und wir schreiben auch hier gleich wieder drin Dass die Jungs da Bescheid wissen Und wir haben hier Erdbeben Space Mit denen ihr loslegt Zentrum komplett freigebrochen In Heal In Wut In Freeze Einen Eil Und ein Gift dabei 10 Valkyren 6 Schweine Fängt hier mit den Golems an Und haben hier eine Rathaus 10 Base Mit Multi Infernus Auf Ich weiß gar nicht Level 1 oder 2 ist das Schauen wir mal So Hat kein Jumpspare dabei Durch die erste Mauer Ist er durchgekommen Durch die zweite Nicht Gibt hier Den Eil Und das ist natürlich blöd Golems Überlegt Um hier nochmal reinzugehen, 15 Sterne aus 5 Angriffen, das lässt sich sehen, das nehmen wir so mit, das ist ein richtig schöner Schnitt, beziehungsweise aus 6 Angriffen. Hier unten kommt noch der nächste, aber jetzt sind wir bei 20 Minuten, ich will das Ganze auch nicht unendlich in die Länge ziehen. Werdet euch dann morgen nochmal so eine Zusammenfassung geben, oder ja, es geht ja noch ein bisschen länger, der Clan-War. Ich hoffe natürlich, dieser Live-Clan-War hat euch heute gefallen, lasst doch gerne den Daumen hoch da, wenn es so ist. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es ausgehen wird und ich denke, spätestens, wenn Pepsi hier auf Rathaus 9 ist, wird es auch wieder interessanteren Stoff von diesem Account für die Videos geben. Für heute Abend bin ich raus, genießt den Sonntagabend noch und morgen einen guten Start in die Woche. Macht's gut, bis morgen Abend, ciao, ciao.